zwei prozent ja ich will euch hier noch einmal eins aufmachen aber wieso geht es nicht kommt er muss das fahren damit es öffnen kann so lach nun mal tja 11 mal auf verlangen aber jetzt kann das mal öffnen oder etwa nicht ja jetzt beende einfach es geht jetzt mal öffnen da bleibt es aus müssen der schule verdient mit dem hier ich hoffe es geht ja ich setze hier nicht öffnen so leider gottes muss dieses fahrgeschäft abgebaut werden weil es nicht funktionierte ärgerlich kann ich gerne da stehen lassen pause anfang mit einer ja so eingang und ausgang weg war entlang so und so und so eröffnen nein bremo pass ein kann dahin ausgang dahin wegelchen habe ich noch genug geld ja ich habe noch genug geld für den weg was ein glück wenn was cooles action reiches bauen wir haben zu wenig geld ich lasse mich jetzt auch nicht eröffnen falsch zurück so bringe pass hohe priorität eröffnen flanken tuma acht so dekoration ist kacke aber ich ist mir jetzt egal szenarie was billiges gut aussieht nein billig gut aussieht mehr will ich doch gar nicht so war mal zum külter dahin y y kann den ich erfährten auch gut den kann man fährten oh ja ich hoffe das ist die farbe ich glaube das ist zu dunkel das ist er okay ähm gegenstand nein ich will da oben den külter das ist orange okay das ist so grau also grau und orange ist das komische krause ein anderes grau okay äh orange mhm orange ah das ist orange wie sieht es nochmal innen drin aus schwarz oder dunkelheit oder hier schwarz ja schwarz cool so da kann man alles einzeln boah okay kann das irgendwie alles gleich machen so und das war das dunkle dann hell dunkel hell dunkel hell nein dunkel dunkel sieht besser aus dunkel dunkel hell wow 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 äh da muss er nein der kopf ist rot kopf ist rot das zeichen ist orange äh orange das ist schwarz okay ja von der seite sieht so gut aus von anzeigen aber das ist egal 92% nur egal so wie sieht es mit dem geld aus parkverwaltung money übersicht miese wieso machen wir so viel miese parkverwaltung oh gott fahrgeschäfte machen oh kein plus das wird lustig hier an dem park wir haben kaum gewinn und mache ich jeden Monat nur miese juhu ich freue mich schon auf den park volle kanne eigentlich ja nicht ähm du wirst geschlossen ich brauche momentan netter weil hier sind eh keine leute und da hinten ist eh noch nichts aufgebaut deswegen wirst du jetzt einfach mal geschlossen zwei züge hammer können wir eigentlich die zuganzahl etwas erhöhen ähm station 1 die so war da brauchen wir kein premium pass statt zu 18 alles die hier okay aber ich kann nirgendwo sagen ich möchte gerne noch ein paar züge mehr statt so nicht blockieren ich will den zug jahr 19 nö kann ich nur so machen schade eigentlich ich kann nicht gern noch wagen pro zug drei stück zu kratzer a so aneben gleich ist jetzt ein zug hoffe ich zumindest da ist ein zug da hinten ist ein zug und da ist ein zug drei stücke haben wir gar nicht genau und jetzt ist eigentlich an jedem park äh überall steht stadt so nicht blockieren genau das heißt wenn der eine losfährt muss eigentlich der andere auch schon bereits unterwegs sein ich hoffe das funktioniert auch so mhmhmhm mhmhm mhmhm ja da gut test fast sich machen da haben wir kurz testen und danach ja das hat perfekt sind wenn einer losfährt fahren sie alle los und und es geht weiter perfekt so aber das und schon mal sparen können hat eine richtig langweilige aussehen sind ja ich habe kein geld ich kann er steckt das verbessert müsste mir kohle da lassen ist das so teuer tut mir leid ich habe kein geld damit jetzt sagen kann ich bin so reich eine toilet wird geschlossen gibt nur eine koste zu viel wie sieht es bei euch beiden aus geldmäßig macht sie gehen der macht bis gewinnt der zugemacht okay ist genehmigt was du gewinn nein du hast du gewinnt um das plus dazu gemacht so kommen diese putz leute eigentlich oder sitzen aus laden macht plus fahrgeschäfte machen wiese parkhaltung koschen kohle gewinnt ist wie so wer minus personal ist das name denn techniker tut mir leid braucht viel zu viel geld den kann man da lassen okay gut ist jetzt auf jeden fall schon gucken und kohle kriegen und zu lassen auch schon die geste es ist ja der park läuft hier sehr gut muss ich schon sagen acht wir gehen auch keine leute mehr rein wie sieht es aus für acht dollar 200 prozent hätte ich nicht interesse daran geht ob die da rein profit im miese ich bin zu weit im minus 8 8 ich hoffe so das geht jetzt ja nein ist so teuer 50 prozent teuer eine fuß okay gut naja ist das so teuer sagen 90 prozent ich dazu und hier sagen er von kettgeld ausgeben haben wollen in dem park gehen ganz klug den einger keine treuer machen ich würde sagen wir beenden hier mal das wird ein lustiges unterfangen ich wünsche euch noch einen schönen tag bis zum nächsten mal servus und habt spaß mit diesem park ich würde mir wünscht es geben dryoum und hey mi 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 Vielen Dank.